Hey Leute, wir werden jetzt Morton Island verlassen. Es war wunderschön. Wir haben Sandboarding gemacht, wir waren in Schnorcheln, wir haben ein Lagerfeuer gemacht, der hat uns die Insel gezeigt, Dave, unser Touristenführer sozusagen, mit Morton Island Adventure haben wir die Tour gemacht und es war einfach nur richtig cool. Er hat uns so viel gezeigt und so viel erzählt und erklärt. Es war echt richtig cool. Und ja, Morton Island Adventure. Oh, 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 oh.